Hallo und herzlich willkommen meine kleinen Freunde hier bei einem neuen Video ihr seht ObiGaming Oli gegen ObiGaming Can wieder eine kleine Partie Random Teams Oli sagt mal Moin Hallo An M Moin Moin jetzt machst du ja so gesagt Nö vollständig Nein Sorry ich hab noch ein Bunch hier in dem Mund Da will ich jetzt auch ein Warte Was heißt ich hab hier noch meine Zitten Bonbons mit Zitronengeschmack Mäh ich auch Grüne Gelb Hä Zitronen Auf jeden Fall Hört ihr vielleicht wie Gülle jetzt mein Mike gerade ist Was liegt daran Dass mein Bruder mir das was ich hatte Was für ihn gehörte Bloß er nicht benutzt hatte Hat er mir weggenommen Das Schwein Dein Bruder ist Kronk Ne doch nicht oder Stimmt Sarah Sarrazin MP Liebe Grüße Nee Aber der hat mir das einfach weggenommen Der Junge Einfach weggezogen Warte noch nicht Ich muss auch was sagen Weil sonst vergess ich's wieder Mh Deswegen hab ich jetzt mein dreckiges Adnan Headset hier gerade Richtig der Kackding Komm mal 1 zu 3 Naja Gerade haben wir Leppbach Gegen Portugal Gegen Portugal FC Na den Gegenden Dynamo Kiv Eiskalt 1 Treffer Und Das war scheiße Ja das war nicht so schön So gut angefangen Scheiße angefangen Und stark nachgelassen Genau Ja das war nicht so gut Mh 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 Team 6 Maus suchen Zillabend Mh Mh Du 6 Mh Ja ich möchte nicht Ok wir fangen dann ok schnauzehnten ich habe viel gemacht und noch mal als Maul habe ich wirklich aber recht kann nicht tun in Brotter ja ich habe müssen die Garnieger kann man ja leider nicht Super-Ultra-Liga müssen es für die Nacht geben der Kanzler von um kommt der Riesse neil besucht die Muster Nude stopp nach hinten ist ein Teil ich würde so gut ich schon noch kommt der Mann die Amst Notzeit was Notzielein und Meister gewonnen sind kackt haben wir in der Hälfte Koma hat das ist glaube ich. Oh, mein Ausmaßiger hat 84 Antritt. Ach du Scheiße, hier gibt's einen rechten Flügel. 45, was ist das? Antritt 50, ach du Scheiße. Oh, sehr gute Werde. 64, 63. Spielen wir Real nächste Saison. Also, auf jeden Fall wollen wir jetzt mal ein bisschen erzählen, und zwar waren wir am Samstag ja auf TheGames.com. In Frankreich. Genau, in Frankreich war das. Und bin fertig. Gut. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr cool, wir waren das erste Mal da. Ich schüttelte in Fausten Eistrein. Ich versuche das mit Fingern auf der Landkarte da. Ach, halbe Klapper, Junge. Verdammt. Was ein Tor schon 1-0. Ach, sein. Rostow gegen... Und darf ich auch erzählen, oder wie wir lassen? Wer ist denn das auch noch gleich dran? Oh, nicht konnte. Scheiße. Ich bin nicht zurückgehalten, wenn... Ich komme, die können den Ball hochhalten. Immerhin... Verdammt. Und wir haben auch... also eine Glücksfrau zwei ins Gesamt gespielt zwei Pläneer aber muss sie nicht anstehen hatte je Mitarbeiter gesagt die brauchen noch einen München gehen und dann haben wir gespielt und ich habe und in der ersten 0 0 losspielten aber geil bemerkt dass die Abwehr besser ist ohne Scheiß und es läuft alles an der Ehrlich es läuft alles viel flüssiger so um die Pässe kommen auch krasser es macht schon ein ein nähert was macht der Fortschritt nicht die Krämer in die Tat mann nicht aus musst du nicht dann in der Schilder du doch nicht seitdem ein Mann Kontrolle direkt das Mikro kann doch bescheiden ich habe seit Entschuldigung auch auch und wird wie die abgeben ein Verein das einmal nötig was ich die fünf Prozent ist lauernd okkococo er hat um das Schienbuch und bei der Mauremberg immer getroffen das war unser Einleit Richtig geil und er waren die ersten ich weiß er will ich hab noch geguckt mehr in diesem einen Video bis zum Jahr genau das Jahr loslaufen ja wir laufen haben wir auch kommentiert blauen nicht da sieht man das die drei Obie Gaming Stars da gerade hingehen Fick deine Arschnase Abseits ja hab ich doch gesagt hör auf einmal so böse Werte zu sagen boah der Geil dann und dann waren wir die Ersten und wir haben mir auch die Hand gegeben und haben gesagt Jo, dann wollte er unseren Channel sehen also YouTube-Kanal und dann haben wir mit ihm geschrieben es war cool und wir sind auch jetzt im Intro genau also zumindest ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich jedes Mal ein Out, aber an den einen auf jeden Fall richtig geil also vor Intro vor so einem richtigen Hallo ihr Mordercum genau man und der Typ ist cool ah ja man, der ist vollendet der Mordercum, Basti Spass, was? das sind richtig, richtig Dreckiger Penner, ich mag ihn ja und ehm so auf jeden Fall hat richtig Spaß gemacht und wir haben halt auch ein Foto gemacht, das sieht ihr auch in unserem Design, jetzt muss ich aber nochmal mal arbeiten, weil es bisschen groß ist, aber auch ein Titelbild zum Beispiel auf Facebook und ah du bist da hinten was bin ich? nix, ein kleiner Junge rennen doch, du schämen kaum Frame-Einbrüche kaum eh auch, mein Haus bricht gleich ein Halt aufs Maul heftig verlasst h h h h h h h h nix, h h h h h h h h h er hat Karate die Köln war das ist so den Nationaltorbert von Scheiße ich habe einen Nachdenkungsstelle sich nicht mehr ich wusste es jederzeit das ist ja das ist weil ich gut bin weil du schlecht bist und vorhin der Kontak Adam auf Eva Eva Guter Pass und um Hansen ich weiß gar nicht mehr was ich sagen wir haben auf jeden Fall nicht Es gibt uns die 3 gespielt wenn man nur dran hat man stehen musste ja das ist ein bisschen zu wenig wir haben den Campingstool vergessen Mann wie langsam der ist echt kackling die Füße und ja so eine Schweine ne und das macht der Traumfass Manni jetzt was ist das mein Torwart ist ja schlecht ey ohne Scheiß was weiß denn für den Spieler gerade oh man ey du kack guck mal wem er heißt Kack Can so das steht das steht Can am Ende das steht vorher Kacke du auch Kack 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 Arsch wie kann er den nicht halten ja frag ich mich auch Kack wie kannst du das und oder scherlich dass es überhaupt ne Karte gibt du hast mich eben auch gefault, ich hab ne 60 Grad gemacht ja und? so n Cheater man man ey, man die können auch gar nichts wieder scheiße scheiße gib ihn rot und du kriegst nur gelb, obwohl du mir ein Bein bist na und guck mal Frau Parcourt Parcours oh, was war denn die Eier? nö das ist der Messie im Team ab der Heiz, ab der Heiz ab der Heiz 1 0 ah ah, das war gespielt, gelbe Karte nö doch ach, verdammt das mache ich nicht ah Schmolinkopf Mann, ey, Jungs Pütin sauber was? die sind so behindert im Kopf, man, hier nur scheiße in die die Welt oh nein gönn dir ein oh gutes Ding das ist nur ein Einwurf ah, gut das ist low so wie du nicht was ein Tor so kennt man den Verein, so kennt man Oli wasch mit gar nichts können, aber trotzdem klar machen es ist nicht gut sein oh und spielt mal richtig ach du scheiße, peinlich so du kannst, äh, kennst du es bei den letzten Mal, ne ganz so gesagt, und immer so so jetzt spiele ich immer mit den Händen und warte, ich mach mal kurz mal Mund fahren so okay, ich muss zu gehen, es war ein bisschen von Dings geklaut von CK also, guck mal, ne ich konnte nicht sehen, ne, lächelig beste Aktion war immer noch, weiß nicht, Frame hä? sehr viele im Strafraum, muss man mal so sagen ähm die beste Aktion war immer noch, äh ähm an Lattenkreuz weißt du nö ich sag ja, weiß doch, ich sag ja nicht, ich frag ja nicht um deine Meinung ich muss kurz was trinken eine Sekunde 2-0 hier ja, na, fast Prost ach auf den Sieg wir haben in neun Bansche genommen nicht mehr, die schmecken scheiße meine nicht meine, ja ja, meine, aber sauber, Digga fett aufs Maul gegeben Mann, ist denn so ne Fettsäcke, die können nicht oh, Mini-Bowser rät ihn doch wenigstens voll ins Gesicht so low jetzt kommen Jungs nach vorne hier die Pelle tschu, pass aufs hier tut ihn, tut ihn was soll ich noch sagen was denn ich weiß nicht, zusammenstecken ich weiß es nicht genau mein Vater hat auf jeden Fall Spaß gemacht das Deutsche Bahn scheiße ja, das hat Spaß gemacht, wir mussten gar nicht stehen zum Beispiel nicht und wir mussten auch nicht lange irgendwie wir hatten ja auch kaum Verspätung es kam nicht jede 5 Minuten irgendwie irgendwie ne Ansage leider verspielte sich unter Zug um weitere 49 Sekunden oh wie low das ist John der kann einfach nichts das heißt John, oder? wir wollen halt's Maul da, halt's Maul was war das denn? ein Rote, mein Junge ja, ich hab' ein rotes Zeichen was gut erkannt das ist ein Brecher und erst der Messi im Team er wuschelt sich überall durch ich denke nicht und dann kommt der Metzger und tötet ihn und dann Okoronko tötet ihn Boom Headshot ach verdammt ich wusste das grün grüne Karte für Hä? was ist denn da los? das ist das finde ich nicht gut was war das denn? die Vorlesen kann man nicht kommen nicht zu option geben 13 kann man übrigens durch das schöne Gameplay was dann hat er was die Monokonsumer auf seinen Kanal mit FIFA Test X die er kommt man sehr gut sehen dass wir auch dann nebenbei auch kommentiert hat was man die Bälle öfter wenn man genau sieht wohin der Spiel wird man in der Nähe ist er wird es ist auch so kann man nichts machen und hier können wir auch öfter blocken diese Zeit wie so gut verschließen als sie gelockt und sie machen hallo ich bin der und ich bin ein mehr als ob man bis zu den Lackern kunstnig Zadam dort war ich nicht mehr auf ich bin ein paar Prozent sie sind ich bin wohl wir wollen er hat noch geworfen okay und schreibt wenn man noch nicht mehr noch entschuldigt ich bin ja bei mir diesen als zu geländen nicht mehr machen noch eins ich bin ja nicht so wie die amokat nur 4 2 verdorben nun gut in Höhering gerechnet es ist so lächelig du weißt ganz genau dass du so lächelig machst du mit deinem hässlichen Analogstrick tritt es darum im im Verteidigung machen ja aber ich meine mehr machst du ja nicht du tust so als wenn du richtig was drauf hast ich mich doch früher 2 0 ja eben wo ich will das ist ja das Lächelische das ist ja auch noch vier sehr rot sehr gut ich bin gerade der Hand von die drüben und hier Menschen die Freistoß-Spezialisten lassen das ist ein Tor unglaublich 8 8 8 8 das ist die nicht immer nur Scheiße machen hier hallo ihr ja 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 du kannst nichts und dann ist ein Türkei hallo hallo also das mit dem ist ein dreckiger Rassisten du kriegst leider kein viel verdreißen weil du es eh nicht kannst schön fühlt sich auch es ist ja auch nicht viel verdreißen ich sag mir kann nämlich sagen viele zwölf ist halt kann auch losgehen aber für 13 können auch die guten weil sie du siehst doch halt den Fressen hallo kenne auch die guten das ist gut nein nachdem die verdient was er war keine Flüter vor die kommt wie sie selber nein sagst du ja weil ich dachte jetzt noch zu Prozent back wieder ein paar ja klub 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 ich habe versucht mich zu konzentrieren und die Faxen macht und ich kann ja verfolgen wieso wenn ich ein Torf ist ja du bist Jan du bist gut und viel vernehmen würde ich sagen ich bin ich aber also ich finde ich bin ganz okay Laufstuch zu Beckmann oh mit der Raffee passiert ich läuft da gar nicht bei den Kacknuch von denen mal ich bin gut ist tot gemacht du noch nicht zwei gute richtig ne gut 1 2 ok ja guter Schlenzer aber geht so man zwei gut ist richtig quatsch es werden zweiter war ich mir haben doch mussten zu gehen nö ich musste schlecht nicht aber war sonst was du nix mehr nö 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 f d nö 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 ändert sich nö natürlich dass f ja die Welt für Martin Dirk und ganz ehrlich das ist die Arzt vorkommen du bist schlecht die Dämonische Klang dafür dass du das ist viel besseres Team hast auch so wollen wir stehen ist ja ich würde sagen muss man stehen ist die Mannheim noch an und für die Schüsse man den Ball mit den Menschen der Korb war sie mal ein Ersichtmann die Schuhe ganz ehrlich zu uns zu geben das ist echt nicht einmal gewöhnt weil die Fresse ich habe schon nicht die Aufnahme nicht mehr Echt? Nö, doch. Ja, klar. Oli kriegt auch mal ein paar Punkte. Hier sieht man so gut, Oli, war ja der Meister, als man sieht. Ich habe ja noch nie gegen ihn gewonnen. Und, warte. Und? Was Oli, wie er ja geprahlt hat. Aber warte, warte ganz kurz, ja? Nein. Oder willst du noch was aufnehmen? Warte, willst du noch was aufnehmen? Ja. Und hier sehen wir, Oli, und weil er so gut gewonnen hat, sehen wir, dass ich das beste Sons gewonnen habe. Und er nur 17 Spiele, nicht dafür 64. Oli, wenn du so gut bist, verstehe ich nicht, wieso du noch nicht alle Sons gegen mich gewonnen hast. Immer mit einem Punkt Unterschied. Ja, 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 komm, noch lower abbringen. Guck mal, da steht noch Haftbefehlchen. Ja, 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 ja. Lieber, weiße. Wo? Ja, aber oben. Na, es ist sogar online, der. Man kennt noch older, Ticca Miwiko auf dem Tisch. Was willst du, Miwiko? Im jetzt Kacke auf dem Tisch. Na, lass mich nochmal spielen. Lade mal ein. Was soll das denn für ein Part werden? Soll ich jetzt echt das noch aufnehmen? Bist du krank? Ja. Okay. Kannst du jetzt splitten oder so? Ah ja. Zwei Teile so Part rein, Part zwei. Dann würde ich einfach mal sagen... Dann würde ich einfach mal sagen, ihr seht ja jetzt dem Spiel beitreten. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich wünsche euch... Ich habe keinen Bock auf so einen langen Part, deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag noch, wann auch immer ihr das jetzt gerade guckt. Und bis zu den nächsten Part, wo ihr nach extra noch nicht wisst, welche Teams sie nehmen, deswegen... Bis dann, haut rein, peace, sagt tüßchen. Das war meine Sachen, na, einfach fit nichts. Sagt tüß. Sag bitte vernünftig tschüss. Das sind auch deine Zuschauer übrigens, ne? Nee, die sehen mich ja nicht die Hörerchen. Ganz tüßchen. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Na gut, bis dann. Haut rein. Ciao.